so okay die leute sind jetzt glaube ich wieder still wir sind jetzt auch mal anders so wir sind hier mitten in oh je da komme ich ja gar nicht raus da gibt es ja gar nicht ich muss mich mal kurz vor dem kurs verstecken weil ich glaube zwei leute überfahren habe also rein aus versehen also natürlich so hier steht meine karre die hat aber einen platten weil sich einer an mir schon wieder rächen wollte so dann brauche ich mal hier ein neues auto eigentlich war die karre richtig geil aber war gerade ein bisschen blöd ich brauche ein auto hier steht auch keins ich will mich im hintergrund immer irgendwo die kopf hört schon ein bisschen extrem auch was richtig schönes was hier gerade weg fährt man gibt es doch gar nicht und er hat das natürlich auch grün ich habe immer rot jetzt wird es roh der fahrt über gelb schlechtes vorbild so was haben wir denn hier drüben haben wir ja hier den abstellplatz können wir uns da einen wagen rausholen gerade der gelbe sieht so ein bisschen dass mich durch machen da gibt es doch nicht so also was liegt denn da schon gedacht hier irgendwas brummelt hier rum ein motorrad kann ich das auch aufheben ne irgendwie nicht du hast keinen zugang zu diesem persönlichen fahrzeug ja wer lässt also ein motorrad mit auf der straße liegen was ich dann nicht mehr nehmen kann dann halt hier den hier so und mal gucken ob wir vielleicht jetzt mal ein paar leute ärgern können so was macht denn der hier was macht denn hier da einmal über den drüber fahren dass er nicht mehr aufstehen kann oh jetzt recht dass ich glaube gleich oh da kommt schon der wow nightrider wieso macht man das also warum ballern jetzt alle für mich nooo gibt's ja gar nicht bei mir das war glaube der andere so na super so aber da haben wir gleich einen anderen wagen oh ja ich hoffe der geht nicht gleich auf mich los haha ausgewichen ah der ist schon voll die geilen Karno irgendwie rum alter lass mich doch in ruhe er ist gerade eingestiegen also der kann nicht zielen zu meinem glück wo hat denn der hingewallert so verfolgt er uns oh no 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 eigentlich wollte ich jetzt ein paar leute ja genau die auch an mich irgendwie ha der kommt nicht hinterher so ein idiot dabei fahr ich auch noch so schlecht oh no ich hab auch wieder einen Platten vorne deshalb lenkt er sich grad so komisch ja gibt's doch nicht so hier steht grad einer ach der ist gerade eingestiegen so warte da haben wir ein neues Auto wow hallo ja dann fahr ich halt weiter so wenn ich ausstecke bin ich wohl kaputt was will die Fotze gibt's ja gar nicht oh ja leg dich halt hin ja eben was kommt der hier wieder so guck mal ich kann gar nicht hier weggehen gibt's ja gar nicht so jetzt hat er natürlich gleich eine Knarre nein leer oh no meine Knarre ist leer na super ey wie unfair ist jeder der gleiche Ficker oder aber warum hatte ich jetzt plötzlich keine Muni mehr ich hab die doch letztens gar nicht leer geschossen das ist ja jetzt mal blöd vor allem weil ich halt kaum Kohle hab so dann gucken wir mal was der hier noch von Job hat hier Job löst den Lamar so begib dich zum Laden einen tollen Überfall und ich hab halt keine Munition ich bin natürlich auch sehr schlau so oh ich soll die hier grad die Karre nehmen gibt's ja nicht so weil hier ja schon wieder der Platten so der Palucci Fikimiki hier guck mal der ist ja gestorben und ich hab keinen Kill bekommen Idiot so wir sind ja gleich da vorne also deshalb brauchen wir auch keine neue Karre oder so 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 Läden die Überfall werden sind auf dem Radarmetz und am Dings muss hier markiert okay und wie soll ich denn das überfallen weil ich hab keine Kohle und ich hab auch keinen Dings ähm hier keine Munition soll ich mit meiner Forst überfallen oder wie betröne den Kassel mit einer Waffe um die Karre hat wohl mit einer leeren Waffe wie er es oh no how many times in one month ein 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 guck das macht so klack klack wo ja super ähm na toll das ist halt das tolle ich habe jetzt keine äh äh Munition so ich glaube ich soll das eher abhauen Alter was ist denn das von Scheiß kein Geld von der Waffe und keine Munition hab ich gar nichts und ja der Kopf sieht mich ja gleich oder ja eben oh hier Groove Street na super ist hier auch noch mit dem blatten Reifen das super ich brauche Kohle Munition total abgebrannt das müssen wir kurz mal ein bisschen warten so keine Ahnung was die anderen ne ja alle machen die frennen und fahrt ja auch überall irgendwo nur wild rum so es gibt auch ein paar Punkte hier so wie hier was Geld teilen das Laborstuhl habe ich alleine gemacht da muss ich das jetzt machen solch der Teilmann nur Bargeld haben wir nichts ich habe eh kein Geld so was kann man nun machen ein bisschen scheiß oder so aber da hätte ich halt gar ne Waffe Shops haben wir gerade keine Schneller-Shop auch nix Snacks wieder gesunde wieder aufhören können ich habe kein Geld mann wie soll ich mir einen Snack kaufen wenn ich nicht mal Kohle hab hallo das ist ja gar nicht das ist ja gar nicht das ist ja gar nicht aber wenn wir es müssen wenn ich dann nicht gut verfolgen kann mit dem Blatt reifen wo wir wegfahrt das ist ja eben so werde ich hier nicht gepackt Oh mein Freund Lamar hat mich zu kalt er sagte du war etwas von einem großartigen nur mit einem sehr inaddequat sensibli vielleicht sollte man sich mit einem kopf ich habe einen Freund bei Los Santos Customs die kann dir helfen sicherlich so Opa Lale um so Riechen hat wirklich keine Absicht aber egal so nach Los Angeles Kanzel so ich hoffe er muss jetzt aber nichts zahlen dafür ich weiß hin geht ich habe keine Kohle ab so Los Angeles Kassel und so weiter Winter die Fahrphysik schon wieder ein bisschen anders ich habe so das Gefühl wie die Karte immer wegfliegen oder so Schlimm Singletire und fast nie passiert so es hat hier noch auf die Brücke hochkommen so aber hier nach oben dann sind wir auch gleich da so ach da hinten unten drin ja da waren wir ja schon mal hier gehts runter so ich geh mal oh man Mongo Chongo haha was geht mit dem ab da sind wir noch rein verschwunden oder wie ich habe zwar schon mal